Leute, ich wurde komplett exposed. Ich dachte, es wird niemals irgendjemand herausfinden, aber einer hat mich jetzt einfach hops genommen. Ich zeig's euch mal selbst. Sorry an alle, die ich enttäuscht habe. Digga, was geht da jetzt hier auf TikTok ab? Das war doch komplett mit Absicht, das war ja einfach gewollt so. Also Kragen einfach ihren Mann, Rios exposed. Schon voll viele haben den doch benutzt. Das Video von dem ist komplett viral gegangen, aber ich bin auch komplett verwirrt.